Ich habe ihn davor noch nie live gesehen, aber er ist wirklich super auf der Bühne. Er ist Hutabend, der Typ ist geil. Er ist ein Entertainer-Bur, muss man sagen. Ich liebe ihn sehr, ich habe ihn sehr genutzt. Was war die wichtigste Sache für dich heute auf der Bühne? Für mich, Javis Kaka, ich liebe ihn sehr. Er hat einen Hüftschwung, den jeder gerne hätte. Es war unglaublich, ich fühle mich besser als hier zuvor. Ja, es war voll super, Fratellis waren echt geil. Nein, Fratellis, 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 Fratellis waren super, Fratellis haben wir voll getaugt. Aber jetzt, und jetzt, aber jetzt, was kommt jetzt? Virginia jetzt. Viel Vergnügen. Die Bands waren einmalig. Virginia jetzt, das ist meine Lieblingsband, absolut. Deutscher Pop, wow. Und die Fratellis, ja. Extrem geil, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, das sind unsere Geburtstagsgröße. Das ist leider schon ein bisschen demoliert, aber ja, alles Gute und danke für die zwölf netten Jahre. Alles Gute, FM4. Mögen es noch viele Jahre werden und hoffentlich bist du bald nicht mehr minderjährig. Ich liebe FM4 und ich wünsche ihm all das Beste zum zwölften Geburtstag. Zwölf ist natürlich eine außergewöhnliche Zahl, aber 17 wird sicher das beste Alter, ich möchte es schwören. Monika, bitte schneide die Torte an und wir bieten nun die versammelte FM4-Mannschaft auf die Bühne und diese Torte würdevoll und elegant zu verteilen. Das ist FM4 und wir danken euch sehr, dass ihr hierhergekommen seid und mit uns den zwölften Geburtstag beherrscht. FM4 ist zwölf, wie war es? Torte. Wie war es sonst noch? Torte. Neben der Torte? Immer noch minderjährig.